Deswegen bin ich auch sehr dankbar, dass ich dieses Jahr wieder Ja gesagt hätte und auch wieder die erste Cue-Froläge in der Firma stelle. Wir haben nochmal den Aruf, wir können den Musiker rufen, den Pfarrer ein Schotten! Rup, Schotten! Rup, Schotten! Jetzt hören Sie uns auch ein hartiges Dankeschön, den Pfarrer, Suttmann Knappin aus Einheit für Spiele, für Musikseherer und Umzugangführer. Jetzt werden wir ruhig drauf, lassen Sie sich laufen, wir sind ruhig, wir machen was. Schönen wir uns! Schönen wir uns! Ja klar, es geht gerade keiner Aruf, Steir, Schotten! Schotten, Schotten, Schotten! Schön, dass Sie wieder draußen in den Kinkel gehen. Okay. Shut down! Shut down! Du bist aus dem Husser. Also, du bist aus dem Husser. Wegen! Rämmich! Rämmich! Papa! Höcke! Papa! Höcke! Papa! Die waren gerade am Ausdrecken, das ist ein bisschen schneller, ich denke, man hätte so wenig. Irrst du? Ja, genau. So gut gemacht. Deine Hilfs Stellunghalter hier bei unserem Machtumzug. Und dann wechseln wir gleich nach Moosheim, da begrüßen wir euch die Zeit, und auf die Senker, da gibt es mein kräftiges Senker! Rämmich! 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 Eine Pyramide, bei allen deines Ämpes. Oh! Eine Pyramide! Als Cookieball zu mir, wirst du dann für den Kälte? Das hängt dann auch! Rämmich! 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 Der Kundenmeister sieht groß wie aus. Der Kundenmeister! Ich glaube, der Glühler darf vor mir sein. Der meinte sich gar nicht, ich glaube, der ist nachher. ZECKER! ZECKER! Aber ich glaube, die Tätowier im Zeugdreißer sind immer, wo man da gerückt hat, oder? Das macht er noch. Leider kennen wir. Hey, da sind nur Dora, die Hohen. Warte mal, ich gucke mal. Und wie war es denn? Danke schön, die und deine Mare, dass ihr da seid, gell? ZECKER! 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 Der Kundenmeisterin steht hier zu meinem Recht. Dann machst du da eine Gruppe Frage. ZECKER! 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 Ich merke auch, dass ich das mal frage, der Patrick ist aber weg, aber ich würde der Patrick, der Doppel, ich spiele, das haben wir gerade gefahren, wir reden gerade, das ist ein Doppel, der Unterschied ist, das ist kein so ein Doppel, hat sich gerade schon gesagt, Doppel hat nicht zu, den Ablauf, das ist nämlich ein Klub, genau, siehst du hier an dieser Stelle, Doppel, 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 Doppel. Doppel, 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 Doppel. Du kannst mich im S. casi da einen Spiel entth ich bin stolz auf euch, ganz besonders stolz bin ich auf meine drehregelige Gastbringung unserer Freundschaft aus dem Marathon Fibra ich hoffe, ihr gefällt für euch, genießt die Zeit in Ingenkinder ist unser Highlight bei unseren Paterkindern Eistapo! 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 Danke euch für's Mitnacht in Ingenkinder und wünsch euch viel viel Spaß! Ja, der Zunftmeister steht hier da kann jetzt bitte zu sagen, ein paar Projekte Danke dir auch nochmal, gell? Das auch sage ich jetzt hier, aber bitteschön Zumindest die Sage von der eigenen Zunft ist schon nicht so schwierig, gell? Der Seisweit verbreitet, hat battelt nach Essen und der Dauer hat verjagt und die Strate war, dass der Seisweit eins und weh verbreitet hat und dann hat er nicht bekommen, aber die Wehle sind ja nicht so hart wenn man ganz reißen kann wenn man zu den nächsten Mädels oder der Kunde muss mit dem Hinsen oder den Abend von Störerbahn 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 Runde! 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 Heute hat es mit dem Arzt aber frei! Hier macht den Job, die Schlafklappe, Mach ihn jetzt! Jawohl, jawohl! Jawohl, jawohl! Jawohl, jawohl! Jawohl, jawohl! Wir sind natürlich mit der Fäbelnäge in der Fäbelnäge da und vorweg haben wir schon gehört, die Musik aus Rächerbahn, wo wir uns einschweifeln, wo wir spielen. Dabei, 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 dabei. Und mittlerweile haben wir schon wieder gewechselt, nach Omerlauf, da begrüßen wir her die Riedradler aus Omerlauf an ihrem Durchmacher Philipp Puss, Günter Mensch oder ihr Name? Hallo Fl hè, liebe Partnerkinder und willkommen an Indianfinger Draw Your Code. Er hat den Herrn immer noch正standen, die anchorste Wände, was sie da machen Others sagen. Das wurde dann auch sagen, dass wir sehr halls pemtränen ziehen. Hey, 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 Oh, 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 oh! Hopp, Leute! Willi, wo bist du? Jetzt werden wir da, wenn Sie sich einig sind, nochmal! Ja, alles gut! Ich bin der Sie heute! Ich bin der Auftrag, es kann heute nichts passieren! Jetzt setz dich mal so ein bisschen, pass doch, dass nichts passiert, bitte! Wir warten jetzt mit der Ola, komm mal! Oh, oh! Das ist ja auch früher nicht besonder! Hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Dann bist du schon dittpille, oder? Wenn wir ein Gilder aber nicht, facke ich so, wenn wir vorne laugst, haben wir vorne so, weil die Hände haben Zeit. So, das ist aber gut, was die Wettklinge ist. Das stimmt. So, wir haben viel Zeit mitgebracht. So, da ist noch ein bisschen ein bisschen nach. So, meine Damen und Herren. Liebe Gäste, jetzt sind wir bei so einem Pyramidenbänger. Jetzt ist es so! Mit der Seite. Jetzt die Hände noch oben. Und dann sind wir gleich schon. Hey! 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 Abelkunde 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 Abelk So, jetzt kommt die Torax-Song in den Flüssig-Sringer-Self-Süge. Warte, Junge! Warte, Junge! Der ist Hexen, Hexen mit Nachbarn oder Bremer. Aber ich wünsche mal die roten Hände her. Mit der Pupf-Nach-Pupf. 50! 50! 50! Mängel! 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 Wir sind das ganze Zeit, pero sind die maschine sonst nicht in remember. Oh, wir sind doch mal die losten! In Pusin-Dobaba! Pusin-Pusin! 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 Er ist nicht möglich,vio. Das electe zu fliehen! Das war's für heute. Und jetzt sind wir wieder bei unserem Ausstellungsplan, die letzte Nummer, die wir da haben, der Lackerserei aus Eilersdacht, Ausdacht in Europa, die Top-Pasche, der hier steht, der aus Eilersdacht, Begrüßung mit Ili Zailica! Ciao Ciao Ciao! Ciao Ciao! Ciao Ciao! Ciao Ciao! Also, als erstes kommen wir in die Eilersdacht, die kommen schon bestimmt 25 Jahre hin, ich bekomme zum Nachtobstum, zu all dieser landbieterischen Brünschen. 24 bis 25, wobei, das ist richtig, ja, das ist doch auch nicht aufgekommen. Aber ihr habt noch jedenfalls erste Arbeit bekommen, die haben wir zum Dorf. Und jetzt haben wir hier unseren Träger, der Träger, der ist schwer verletzt, und da kommt unser Medizinmann. Er betet den großen Manitou, dass er mit ihrem Leben einflösen soll. Manitou! Große Manitou! Kommt zu uns! Und ihr sehr geehrt, ja, der Lackbäcker! Ibi Zha! 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 Schnamed Dorfbrückte des S... Wärtsplich Liu Zha! Hät 주세요 Rätti, jul-brich hier erachsen. Schön, dass die alle gefangen Essen. Die haben auch keine Maske so, wie in die Hügel. Es sind wunderschöne Stöcklerhebzer vom Stöcklerwald zusども. Viele oder fifteen verk for Temp. Erstprook ort des Stöcklen-Feest. Und des Stöcklen uit. Jetzt kommen wir mal aus dem Ehe, wir gehen noch mal weg. Aber wir schauen uns mal weg, wenn das auf dem Reiseit wieder geht. Steckli! Ha? Steckli! Ha? Steckli! Ha? Steckli! So, und jetzt darf ich jetzt auf dem Kapitel wieder. Genau. Wir müssen jetzt auf dem Hochfall, dabei grüßen wir die Nahverarbeitung, der sich in der Busskastung an den Hochhofer, mit mein Gast zu gehen. Hey! Schub, hey! Schub, hey! Schub! Hey! Aber, gell, die ist ja mit seiner Köpfe am Lied, die ist sehr, ja, aber die hat ja Mediziner dabei, ich hätte mir überlegt, dass er als Stär aktivieren muss, aber ich hab's glatt, bisher nur wie ein Stadienische Hexer vorweg, aus Hochbau, Patrick, hier rufen wir nochmal nach, hey, gut, hey, gut, hey, gut, schön, dass du hier warst, ey. Und natürlich haben die Hochbau, Hochbau, noch eine kleine Gruppe dabei, das sind die gleiche Vorhand und Nebel, ach so, ja, die Bohrwäufler sind jetzt, sag's doch, da sieht man nämlich, warum die Höhe schutzfeiert, das ist nämlich der Ruhm zum Wasserstecher im Bohr, und da an der Warte sieht man alle die Sachen, die man im Bohr verbildern kann. Ohne Farbe sieht man die gleiche Lose vom Ebenkönnen, oder was, ey. Boah, also die Frau auserhalb von Moorbeckstern verkündet. Ich meine Frau auch. Das war's, du, ein Schenkwürttag, das ist gut. Genau, hey, hey, shoot, hey, shoot, hey, shoot. Schön aus und aus sein, geil, vielen Dank. Wir haben hier die Blues in der Kirche bei Roma, lassen wir die Moses Bohr screensch fines. Möchtlich data abinahe. Möchtlich 7 conta betreipend. Den initiative 1.94네요, wenn, die livレuste der Kirche aufgeben werden? wenn auch mit悩. Dieser play net, die das zur打 in der Kirche Wantge. Das hat eine Uns development, die Sache an injuries, zuvor haben. Wenn im einenёт Aber in der Kirche stripped truth'd, Ein Willkummer zu Naratum zum Hohen und natürlich von Meck, dem Sankaratum mit 5. Kassebord, der von Meck, der in der Unbegräfte ist! Steh! Ho! Steh! Ho! Steh! Ho! Ich will Spaß, wenn man den Ingeklinger auf den Bergen hört. Mitmacher im Umzug! Steh! Ho! Steh! Ho! Steh! Ho! 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 Na, tut's hatte ich schon gesagt, aber ich sag gleich noch, was er alles dabei hat. Die haben mich gerade rüber müssen, sollen alle rüber dabei. Nämlich der Hohenmann, der Leierbudel und natürlich das Mühlbach-Lebe. Und vorweg natürlich hat Beus gesagt, da fahrer zu. Steh! Ho! Steh! Ho! Steh! Ho! Steh! Ho! Wir haben ja auch bei welter Anreise gehabt, weil rüber ist das ein bisschen so viele. So gut! Wir können hier auch Hohenmann sein. Steh! 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 Du, das machen wir oben hin um. Und wir haben ruhig gut gezentert. Das ist immer ganz geschickt bei der kurzen Anreise. Schön, dass ihr da seid, gell? Steh! Ho! 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 Ja, weiter kam mal von Schwimmerhofer immer noch Mühlhofer in Bode, deswegen. Uldinger-Mülhofer, daher kommen nämlich die Funke-Hexter vom Nahrungsverein aus Mülhofer, den begrüßen wir mit PUNKER GLUT! ALLWEI GOLD! PUNKER GLUT! PUNKER GLUT! ALLWEI GOLD! Sie sehen halt da mit Ihrem Pumperleitring, das zeigt von den Punkten hoch, oder? Stimmt das Pumperleitring, kann man das da sagen, alles gut? Prima! PUNKER GLUT! ALLWEI GOLD! PUNKER GLUT! Vielen Dank, dass ihr da seid, gell, und die schöne lange Reise auf euch genommen haben! Toll, vielen Dank! So wie deine nächste Paterkind, die du nun an hast, genau, diese Mannschaft schießt sich an... PUNKER GLUT! PUNKER GLUT! ALLWEI GOLD! ALLWEI GOLD! ALLWEI GOLD! ALLWEI GOLD! ALLWEI GOLD! ALLWEI GOLD! ALLEGOLD! ALLWEI GOLD! ALLWEI GOLD! Hallo, hallo, hallo! Hallo, hallo, hallo! Ich drück nicht die Stabüren, gell? Das Wort bin ich nicht verkehrt. Hey, 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 super! Schluft auf! Schluft auf! Schluft auf! Super! Der Popa, da wäre jetzt wieder die Messerführer mit den Ausgängen gerade, da kann ich gar nicht sagen, aber ich muss trotzdem... Schluft auf! Schluft auf! Schluft auf! Schluft auf! Schluft auf! Schluft auf! Okay, die Runde gab es nie. Schluft auf! Schluft auf! Schluft auf! Ich glaube, die Biene muss doch ganz schnell verheißen. Schliien, jン French, er Schluft auf! Schluft auf! du bist und jetzt wieder mal so, ne? Egal oder? Besser es überhaupt nicht. Dann hab ich aufbauen! Drustau! Ich glaube, wenn ich daก war, der hat so einen Anwalt. Aufbauen wir dir, wenn du so nehm, wenn du da ein Hüseber und dann so gellst du, wenn du so n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n'n bläu! Hup! 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 Ich glaube, ich also war für eine Piran where I betal. In der Alfa oder, wir sind die Kastel, was, okay, hey! 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 Er�� Garten例えば kommt am sól clicke. Hey! Komm mal und erst noch ein JohannPA Hey, 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 hey! Jawohl! Einmal raus mit dem Liebherr Master, das ist bei Geil. Also, das ist bei Geil, das ist bei Geil, einfach zu weitermachen. Die Skimassen sind natürlich verboten, aber ein wunderbarer Master, aber das ist ein super Leitung. 3, 1, 3, 1, 3, 1! Super, perfekt! Kabel, runter! Wer hätte auch gesagt, bei den Fuchtmeister, wenn ich jetzt die Jessie kam, steht er heute dabei. Jessie! Jessie, wo bist du? Hinterliegte! Patrick, such den mal, komm! Zu mir hat Kreuzel war so Zehnergau. So, also die Vorhandlung. Spitzschild! Hach! 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 Jetzt kommen wir nach Bafelauf. Für unsere Paterturm aus Bafelauf. Wir können die Kugerei gleichrechten, hier Bafi! Ahoi! 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 Das ist ein Füchel. Es ist überall eine Füchel dabei. Also Füchel ist gut. Kaffeefekster macht auch eine Pyramide. Könnt ihr auch Pyramide machen. Schauen wir mal, ob die auch so viele aufbrachen wie die anderen. Hey! 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 Kaffee! Kaffee! Genau. Der Füchel ist ja dabei. Der Füchel ist ja dabei. Der Füchel ist ja dabei. BABY! Hey! 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 Aber wir haben fünfmassen. Der Stechen Henrik ist ja dabei. Jetzt kommt gut. Jetzt kommt gut. BABY! 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 Jetzt sind wir in Öffinger und dafür grüßen wir die Namen zu uns. und wir haben uns im Ausrichtung mit Ratzesammer! Yucanaba! 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 Willkommen ein Ihr Krieger mit Ihrer Tugermeisterin Laura Bogartsmaier! Ja! Und jetzt hat er der Ratzi-Tazzi noch jetzt sind wir mit den Ratos und den Begrüßen mit Müller! Yucanaba! 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 Das ist der Korrektur und Kürtmeister Gister Rundmau und natürlich in der Bullerreite und der Gründer Hilfsloch. Wir wollen uns Buller! Redze! 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 vorweg die Wegerfressung Sherry! 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 Ja, die Sage ganz nett der Dauer, der Mütter gegessen hat und Bier gegründet und hat am Taladin eigentlich nicht, dass sie so viele Wegerfressen hat und da hat das genau andersrum abgerechnet Sherry! Sherry! Natürlich sind die Wegerfressen aber auch die Saugerhä Maple die wir jetzt wieder herausholfen da ist die Pyramideentaglich also eine Paramide.. Sherry! Sherry! Und den Sauberhexen ein herzliches Dankeschön, natürlich stellvertretend für die ganze Gruppe, der Petra Denz, da tut man sich drüben hier auch, wo du den Sauberhexel hast, zumindest vorhin hast du das gesagt, okay. Chelsea, Chelsea, Chelsea. Ashley, Chelsea. Seoul! Anda schaut euch jetzt, hagel? Scheli! Tschölo! Scheli! 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 Hi! Heeee! Ich finde, ich sei ein Eppinger, so groß, oder? Ja! Okay! So, da kommen wir zuerst an die nächste dann wieder fangen, die freiwilligen Farbe aus Wir gehen mit hinter den Stolperkläten, die grüße einfach mal ein röder Stolperl. Aber jetzt gibt es auch die Wahrheit der Feuerwehr. Was so? 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 Und Flitzer können wir heim. Und da hinten kommen wir schon ab, dass wir nach dem Führlinge haben, aber ich lüte mal die nach dem Führlinge, wir sind jetzt 25 Grad im Ende. Wir werden kategoriert! DERIGO! 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 Das ist eine sehr erforderliche Bewerbung da, aber das ist eine verbundliche Bewerbung. Ich bin mir noch sauber, die Strategieabgaben ist. Das ist das. 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 Die Bumbe-Gasern betrachten wir ja mal. Wir werden die Bumbe-Gasern und sieben. Apfel, Sie wollen doch alle 2 Minuten. Ich glaube, wir gehen alle 2 Minuten, alles gut. Aber Sie sind doch auch nicht so gut, Sie sind doch nicht so gut. Ich werde einmal auf der Bumbe-Gasern begegnen. Ja, jetzt hören Sie gerade auf, dann Dankeschön an die Juba-Gaser-Fetzbein aus Darn-Waldsee, schön, dass ihr länger seid, danke fürs Musizieren und viel Spaß. Die Juba-Gaser-Fetzbein aus Darn-Waldsee 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 Euch Dankeschön fürs Passierer-Helfer, also unterstützen uns auch die Rüssel ein, so dass ihr wieder da seid. Darn-Waldsee 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 Also, schön, dass ihr da seid. Super, passen bitte nach hinten her. Da kommen Sie, ich seh's! Borelle und Laura Lies! Da kommen Sie, ich seh's! Da kommen Sie, ich seh's! Borelle und Laura Lies! Borelle und Laura Lies! Ja, der Rotbach-Relle hier, das ist der Wuschzige. Und natürlich die Laura Lies als zweites, oder eigentlich als erstes, das war als erstes gleich. Da kommen Sie, ich seh's! Borelle und Laura Lies! Borelle und Laura Lies! Mit ihrem Zuckmauschen, eh den Köps! Stimmt, hab ich's auch gehört, aber gut, dass du's auch weißt. Oh nein, ich muss laufen. Schön gemacht, alles in Ordnung. Borelle und Laura Lies! 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 Patrick, bring mal raus, warum er der letzte Relle weiß ist. Frag mal! Die letzte Relle, warum ich weiß, das ist der Hexenmeister, was du? Das ist der Irre, ne? Hexenmeister! Seit wann sind wir mit Wibrauer Hexen? Das, der möchte ich interessieren. Ja, das ist halt ein bisschen falsch, lieber. Das war ein radikalischer Fehler. So, jetzt sind wir ein Abortauser. Abortauser, Abortauser hat letztes, fahrletzte Woche als 25-jährige Jubiläare gefeiert. Die begrüßt euch! Schöndermar! 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 Jetzt bin ich gespannt, wo habt ihr euren Magen? Wo ist euer Tanzkommeter? Schöndermar raus, hast du vergessen. Ja, genau, Schöndermar. Also derjenige, der früher die Tierkörper, also die gute Tiere... Ja, aber zu Hause ist ein Tierkörper-Besentigungsallag von früher, und das ist die, die zu drängen wird. Ladies and Gentlemen, this is number number five. 1, 2, 3, 4, 5... 1, 2, 3, 4, 5... 2, 3, 4, 5... 1, 3, 4, 5, 4, 5... 1, 3, 4, 5, 5, 4, 5, 5, 6, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 9, 9, 10. Nein, danke schön, den Schettenmachern, der ist doch nacher aus der Abatunde mit Schettenmachern. Dann gehe ich verschören! Dann gehe ich verschören! Dann gehe ich verschören! Stefan, wo bist du von dir wach? Erwarte mir nächstes Mal so einen Arschwung. Nächster Umzug, Stefan, ein paar Erste Vorstand, tanzt mit bei den Weibern. So, räum' mal, geht er da nicht nachrufen, Schettenmacher! 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 Ungebar! Jetzt habe ich ja vorher gesagt, das ist ein Schettenmacher, aber Schettenmacher hätte ich gesagt, das ist anscheinend die Frau des Schettenmachern. Also, dass er das auch zuordnen kann. Schettenmacher! 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 Ja, der Pille hat gezittelt dann, so war's, war er eben. Der hat zwar einen Fehler, der hat's wohl noch nicht gewusst. Karte! 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 Routergards mit dem Müllsweg, der aus oder der Ässerlauf, rechte Grüße, ganzerheitssatz, mit? Rachebrennt! natürlich das ist das ist das ja das bringt immer noch so das Das war der Weg mit der Wurde, Barra und die Maske für uns. Ich bin der Müll, ich bin der Strecke, der Müll. Barra Prins! Barra Prins! Barra Prins! ja ja so der hat mich so der ist mit dem wohnschutz wahrscheinlich auch nicht war so So, jetzt haben wir uns Hüttelsheim, von dem ich stehe, die haben eine gleiche, 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 die, besser darf er. Liebe Tanja, liebe Hüttelsheimer, auch die haben bisher 25-jährige, so ein 25-jähriges Jubiläum. Laaaaaa, Hebel, Laaaaaa, Hebel, Laaaaaa, Hebel, jetzt zählen wir mal, eins, zwei, drei, vier, meine Kinder stellen mir 28, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Tanja, wo sind meine Jungs und Mädels, sieben, sag ich mal, ich weiß nicht, die sind da schon. Tanja Böhn, heißt sie, die ist gleich rothaarig, man erkennt sie an ihrem Wangen und an ihrem Haar. Wo ist sie? Söndlich Händen, nein. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Und jetzt noch, und dann geht's, nicht gesehen, ja, Hebel, Laaaaaa, 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 Laaaaaa. Und jetzt probieren wir's noch einmal, hängt ihn hoch und alles rum schnackt, was die kann, wohergibt. Laaaaaa, 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 Laaa, Laaaaaa, Laa, Laaaaaa. So, nicht wahrnehmen, vielleicht noch mehr da rein, jene. Vielen Dank auch, Sie sind sehr schön dabei, Herr der, Sie haben. Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, Laaaaaaaaaa. Schöne Appetieren-Hinterzeit vom Fahrrad zu dem Oberteil und wie wir den Kumpen so lange nicht spielen. Schöne Appetieren-Hinterzeit vom Fahrrad zu dem Oberteil und wie wir den Kumpen so lange nicht spielen. Dreh! Kumpel! Dreh! Kumpel! Dreh! Kumpel! Dreh! Kumpel! Dreh! Kumpel! Und die Stunde kommt am Fahrrad zu dem Start. Sehen wir uns bei der Städte und Oberlin wieder. Wir freuen uns schon auf euren Anzug. Ich wünsche euch, aber ihr habt erstmal viel Spaß hier bei uns im Kumpel. Dreh! Kumpel! Dreh! Kumpel! Dreh! Kumpel! Dreh! Kumpel! Kumpel! Dreh! Kumpel! Dreh! Kumpel! Das war nur von der Mühle, genau da, wo wir gleich heraustragen. Gleich her! Ja, jetzt haben wir ein paar Schusserried mittlerweile, deswegen... Genau, Schori! Schora! Schorum! Ein Willkommen, der Arzt, um das paar Schusserried. Schori! Schora! Schorum! Schori! Schora! Schorum! Schori! Schora! Schorum! Schorum! Da sehen wir die Rauchhäuser,neimet hab' auf Adventure, oder? Ah, schon, da gehitude dran! Das Funglo, Alter war noch keiner so, chromiär! Funglo, da kommt der Daifel! Junglauer, da kommt Dein Wierpläufel Schori! Schora! Schorum! Schori! Schora! Schorum! Schori! Schora! Schorum! die Wer sind wir? Wir? Schöne gehen? Showa!nemental!! Showas Twitch! Showii! Showaa! Showaa! Showa! Showa! Showiii Showa Showhm Showiii שоров! שורים! Und ihr wisst ja nicht mit dem Publikum. Ihr wisst ja, wenn ihr rechts anfangen wollt. שו marking, שורים, שוops! Jossi, ich glaub' jetzt kommt er zu. Jetzt kommt er drauf heute, ja? Ich glaube, ich hab' jetzt probiert! שוי, שווע! Hallgrie, der Maul klappt da nicht, gell? THO, שו מר, שוי, שוי! Ja halt, ich hoppe nicht drauf und ich sag' oh, und ich lass' er rein. So wie kommt er denn auch? שוי! שוי, שוי, שוי. Die Rauchhäsle schreien alle in den Schau, das ist doch bloß. Man muss sagen, aber sie kriegt ja nicht die Arme, oder? Die Rauchhäsle wollen ja zu sehen, wie die Arme schreien, nein. Die Rauchhäsle wollen ja zu sehen, wie die Arme schreien. Die Gruppe läuft. Dann können wir rücken. Schuhr, schuhe an, schuhe an, schuhe an. Das ist das Schauf, wie das noch ein Roboter rauskriegt. Oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. Oh, oh oh oh. Oh 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 oh. Vielen Dank für's tun, okay? Chuch, Chuch, Chuch. Chuch, Chuch, Chuch. Chuch, Chuch! So, jetzt haben wir uns inspirierte Robert-Trailer-Hexen. Arne begrüßt euch, Jury! Ja, Jury! Jura, Jura, Jura! Liebe Gäste am Straßenrand, rechts geht's los, links geht's weiter, rechts hören wir auf. Jetzt probieren wir's noch einmal. Jury! Jura, Jura! Jura, Jura! Aber die Erklärung hab ich jetzt z.B. links verständlich. Das muss man auch sagen. Ich hab nicht nachgesagt. Ja, aber zwei Hexen haben das vorbehalten. So, linke Straßenseite, Hände nach oben und jetzt feuern wir sie an. Hey, Hey! 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 Hey, Hey! Hey, Hey! Hey, Hey! Hey, Hey! Hey, Hey! Jury! 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 Schurra! Schurrum! Die Gruppe zweiter Hexer! Ja, jetzt ist es rum mit der Pyramide. So, komm, stellvertretend an euch, an die für alle Schlusserbieter. Vielen Dank, dass ihr da seid, unseren Umzug heute bereichert habt. Dankeschön, gell? Schurri! Schurra! Schurrum! Vielen Dank! Nachdem bist du noch da oder hast du dich mitgenommen? Ich geh unter der Lastschlage und lass den Bieter umspringen. Also, gut. Schurri! Schurra! Schurrum! Schurri! Schurra! Schurrum! Wendekopf mit der Nahrerzucht aus... ...Lontos-Türingen! In Namen ihrer Zuchtbeistung, Sarah Halber. Bitte grüßen und mit schrägkräften gehen. Alle! Brudel! 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 Volk! 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 Da liegen zwei Wälder auf dem Boden! Das ist doch... Das ist Volk's Runden und Rudel, wie wir uns da verwerfen hätten. Volk! 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 Bade, Bude, Wolf, Bude! Es sei ein Glickchen, wie wir fast zum Rüstbaum bauen. Ja, das ist Glickchen, ja. Es kommt die Maratio Steinehofer und Bude Kattelach mit ihrer 5-Maschlein hier nach Müll. Die mit Küchler nicht möglich! Nicht möglich! Aber hauptsächlich schon, Patrick, was los? Nicht möglich! Schön, dass ihr da seid. Und wir fährt direkt zur Dynamide. Ja, ja, hoch, 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 hoch. Nicht möglich! Aber hauptsächlich nicht durch! Jetzt klappt's ja mit dem Nachbarn! Ein Gruß an die Maratio Steinehofer und Bude Kattelach! Nicht möglich! Aber hauptsächlich schon! Nicht möglich! Aber hauptsächlich schon! Aber hauptsächlich schon! Aber hauptsächlich schon! aus Ebertinger, das sind die Dura-Hexe und die, wenn wir nun mal gleich fertig sind, mit Dura-Hexe! 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 Wer hat so da sind? Wenn ihr kurz gesteckt habt, dann kommt ihr auch mal... ...hütterhundig, ja! Bravo! Dura-Hexe! Dura-Hexe! Seid! Ere! Maul! Alter, ja, wie verrückt, bis dann ist das gut. Seid! Seid! Maul! Alter, ja, wie verrückt, bis dann ist es nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich wünsche auch im Publikum noch viele schöne Stunden, machen Sie es so, ich freue mich, wenn wir uns wieder sehen, diese Phase, oder spätestens 19, am 2. September, Februar 19, wieder hier, an der gleiche Stelle. Dankeschön, bis dann, tschüss, schönen Abend, ade, machen Sie es gut, schöner Phase, das Wasserläufer geht. Dankeschön, Josi, danke schön, Pat.